Ihr Lieben, natürlich gibt es auch im vierten Quartal ein Neuzugänge-Video und ja, es wundert mich eigentlich nicht, dass es ein bisschen ausgeartet ist. Das lag aber vor allem daran, dass nun mal Weihnachten war. Ich habe zu Weihnachten einige Bücher bekommen, da war ich selber ein bisschen überrascht. Dann war aber auch noch, ja, ein bisschen Wichteln angesagt und ich habe mir auch tatsächlich selber Bücher gekauft. Und ich würde mal sagen, schauen wir einfach direkt mal rein und fangen mit denen an, die ich mir noch tatsächlich selber gekauft habe. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe eigentlich kaum weihnachtliche, winterliche Bücher und bin dann in den Thalia reingerannt und kam natürlich auch direkt mit zwei Büchern wieder raus. Das eine Buch habe ich eigentlich auch in dem Want to Read für die Winterweihnachtszeit vorgestellt, habe ich immer noch nicht gelesen, habe ich aber definitiv in der Winterzeit noch vor. Das Winterkarussell von Anna Liebig. Hier geht es um die 15-jährige Antonia, die ihre Mutter bei einem Unfall verloren hat und die ist jetzt ja sehr in ein Loch gefallen und landet dann plötzlich bei ihrem Großvater Otto. Den kennt sie bislang nicht und der ist halt so ein bisschen grießgrämig und sie ist halt sehr zurückgezogen. Und die beiden nähern sich dann doch ein bisschen an, als Antonia ein altes Karussell in der Scheune von ihrem Großvater findet und er ihr daraufhin die Geschichte von seiner großen Liebe erzählt. Das hat sich einfach so schön angehört, weil der Großvater früher halt Schausteller war und es spielt halt hier im Taunus und in Frankfurt und es ist einfach schön, auch mal wieder ein deutsches Setting zu haben. Und irgendwie habe ich mich so in dieses Cover verknallt und die Geschichte klingt einfach toll. Ja, deswegen, das habe ich mir geholt und ich möchte es dieses Jahr am besten auch noch lesen. Ja, dann habe ich es nochmal mit Mandy Baggett versucht. Ich habe ja Winterzauber in Paris irgendwie vor zwei Jahren oder so mal gelesen, das war ja auch ein Rezensionsexemplar und die gute Frau hat ja so einige Bücher geschrieben und ich habe jetzt mal ganz spontan Winterzauber in Merfair mitgenommen. Klar, die Cover sind auch immer ein Traum und hier geht es um Emily Parker. Sie ist Lehrerin und das wird wohl das schlimmste Weihnachten überhaupt, denn sie wurde dazu verdonnert, das Schulmusical der Schule zu leiten und zu organisieren. Allerdings ist sie von der Liebe sehr enttäuscht und das mit dem Job läuft auch gar nicht so gut. Aber dann finden die Kinder plötzlich einen Popstar oder sowas. Ja, ein Skandal um witterten Popstar, nämlich Ray, der ist nach einer durchzechten Nacht verkatert im Schulschuppen aufgewacht. Und vielleicht könnte er ja genau die Rettung für das Schulmusical sein. Hört sich wieder sehr kitschig an, aber irgendwie könnte das auch was Interessantes sein, weil Winterzauber in Paris fand ich ja nicht komplett schlecht. Das war mir einfach nur am Ende ein bisschen zu kitschig, too much irgendwie. Aber ja, ich wollte ihr auch nochmal eine Chance geben und deswegen Winterzauber in Merfair. Was ist eigentlich Merfair, Mayfair, Myfair? Ich bin wieder nicht, äh, ja, egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Und dann habe ich mir noch den zweiten Teil von Broken Darkness gekauft, nämlich Sovollkommen. Da habe ich ja den ersten Band gelesen und fand den ja richtig cool. Also ich lasse euch mal die Buchbesprechung da, falls ihr da Bock drauf habt. Aber im Groben und Ganzen geht es da um eine Frau, die irgendwie auf der Flucht ist und dann so einen Wohnwagen in so einem Trailerpark mietet. Und da geht dann plötzlich ein Handy. Und das Handy war halt schon vor ihr da und als sie dann rangeht, hat sie die sexy Stimme von Dylan dran. Und irgendwie, ja, bringt Dylan sie dazu, Sachen zu tun, die sie vorher niemals getan hätte. Ich fand, das war irgendwie ziemlich cool. Es war ziemlich erotisch. Also sehr direkt. Das ist ja nicht für jeden was. Aber in, ja, Broken Darkness, Sovollkommen geht es halt jetzt weiter mit der Geschichte. Denn es ist so viel passiert und hier geht es einfach weiter. Deswegen, ich möchte gar nicht so viel verraten, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, ja, hier weiterzulesen. Ja, dann habe ich bei einem Bookstagram-Wichteln mitgemacht. Da hat jemand so, ja, ein paar Namen gezogen, die verteilt. Und ich habe Redwood Love, es beginnt mit einem Kuss bekommen von Kelly Moran. Jeder, der meine Videos dazu gesehen hat, fragt sich wahrscheinlich auch, Band 2, bist du dir sicher? Denn Redwood Love, es beginnt mit einem Blick, fand ich ja jetzt nicht ganz so prickelnd. Da geht es ja um eine Frau, die mit ihrer autistischen Tochter nach Redwood zieht, zu ihrer Mutter. Und ich mochte halt so dieses Kleinstadt-Feeling. Ich mochte Hayley, also die autistische Tochter. Das fand ich war ein super Thema. Das war echt interessant zu lesen. Aber ich mochte eben nicht diese Liebesbeziehung zu dem Tierarzt, wo sie auf einmal denkt, oh, er ist so toll und, ja, die ganze Stadt versucht dann auch irgendwie die Beide zu verkuppeln. Das ist grob die Handlung. Da war ich ja nicht ganz so begeistert von. Aber in Redwood Love für den zweiten Band geht es um Flynn. Und das ist ja der gehörlose Bruder von dem Protagonisten aus dem ersten Band. Und da verspreche ich mir so ein bisschen mehr, weil das einfach schon ein Charakter ist, der mehr Tiefgang hat. Und ich hoffe, dass es auch in dem Buch so rüberkommt. Also wie gesagt, Redwood Love, es beginnt mit einem Kuss. Ich wollte dem Ganzen einfach nochmal eine Chance geben. Aber wenn, dann sowieso erst nächstes Jahr. Ja, und dann habe ich ja noch bei einem Booktube Nikolauswichtel mitgemacht. Da könnt ihr gerne auch mal auf das i klicken. Da zeige ich euch nochmal das wunderschöne Paket, was ich bekommen habe. Und als Buch habe ich die kleine Buchhandlung am Ufer der Temse bekommen. Und hier geht es um die junge Witwe Charlotte, die, ja, bekommt eine Buchhandlung vererbt, die in London sitzt. Und zwar von einer Tante, die sie nie kennengelernt hat, die sie nie gesehen hat. Und diese Buchhandlung, die, ja, hat so ein, übt so eine magische Anziehungskraft auf sie aus. Und dann hat wohl die Tante, die verstorben ist, wohl auch noch ein paar Geheimnisse. Und dem geht sie auf den Grund. Und hier geht es um Katzen. Da steht auch was mit Katzen drauf. Und das hat mich einfach gefreut. Und ich denke mal, dass diese Buchhandlung eher aus ihrer Trauer ein bisschen raushelfen wird. Habe ich auch noch nichts von gehört, das noch nirgendwo gesehen. Aber, ja, London, Buchhandlung, Katzen, da bin ich eigentlich schon dabei. Deswegen habe ich mich da auch sehr, sehr drüber gefreut. So, und jetzt kommen wir zu den Weihnachtsgeschenken, die ich von meinen Eltern bekommen habe. Und die haben es echt gut gemeint mit mir dieses Jahr. Aber ich habe mir auch eigentlich nichts anderes gewünscht, weil ich mir denke, ich habe schon alles, was ich brauche. Und, ja, ansonsten sind es halt eher so teurere Anschaffungen, wo ich dann halt ein bisschen drauf spare. Aber Bücher, gerade nachdem ich ja so viel ausgemistet habe, kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Ich hätte aber trotzdem nicht erwartet, dass es so viele Bücher sind. Aber fangen wir erst mal an mit einem Colin-Hoover-Buch. Und zwar, was perfekt war. Hier geht es wohl um Quinn und Graham. Und die lernen sich kennen und, ja, sind total verknallt ineinander. Aber acht Jahre später merkt man, dass es wohl nicht alles happy ever after ist. Sondern, was stand hier schon drin, jemanden zu lieben, heißt nicht, mit ihm glücklich zu sein. Und, ja, das erkennen die beiden wohl. Denn es gibt wohl ein ganz großes Problem in ihrer Beziehung, was eben diese zu zerfressen droht. Ich habe ansonsten überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Aber das ist ja bei den Colin-Hoover-Büchern irgendwie immer so. Man liest sich irgendwie was durch und die Sachen klingen immer alle so banal und so nichtssagend. Und dann hängt da nachher irgendwie doch noch so ein Riesenklopper hinter. Ist auch, glaube ich, ganz gut, dass man nicht immer sofort alles weiß, weil sonst ist irgendwie der Reiz auch weg. Deswegen, da ich ja erst, weil ich Lakenliebe gelesen habe und ansonsten noch komplett Colin-Hoover-unerfahren bin, wollte ich da mal ein bisschen meinen Horizont erweitern und freue mich, dass ich was perfekt war, bekommen habe. Ja, dann ein Buch, wo ich auch erst überhaupt nicht sicher war, ob ich das überhaupt haben möchte. Aber ich habe gesagt, komm, geben wir dem Ganzen einfach mal eine Chance. Es geht um Everything I Didn't Say. Es geht um Jamie und Kata und bei denen sprühen wohl augenblicklich die Funken. Aber das ist leider überhaupt nicht gut, denn Jamie ist gerade frische Dramaturgie-Assistentin geworden. Und Kata ist der Star der Show und ist vertraglich dazu verpflichtet, keine Frau an seiner Seite zu haben. Das stellt die beiden natürlich vor eine riesengroße Probe. Und ich bin gespannt, wie es passiert. Ich glaube mal, die können halt wahrscheinlich die Finger nicht voneinander lassen. Klingt schon nach Drama, klingt irgendwie nach sehr vorhersehbarem Drama. Aber ich habe es mir jetzt einfach mal geholt. Ich habe es das eine oder andere Mal tatsächlich auf Instagram gesehen und habe jetzt gesagt, komm, pack es jetzt mal auf die Wunschliste. Und wie gesagt, ich wusste ja nicht, dass ich so viele Bücher bekomme deswegen. Ja, es ist auf jeden Fall bei mir eingezogen. Dann habe ich jetzt endlich ein Buch, was ich mal auf Empfehlung einer netten Buchhändlerin bekommen habe. Sie arbeitet leider nicht mehr in der Meiersche hier in Essen. Sie ist jetzt in einer anderen Filiale. Aber ich weiß noch genau, wie ich Blutspenden war letztes Jahr, Ende November. Und ja, ich sollte zwar nach Hause, aber ich kam halt auf dem Weg zur Haltestelle, kam ich bei der Meierschen vorbei. Und bin dann noch so ein bisschen ins Schwatzen geraten. Und dann wurde mir dieses Buch empfohlen, So kalt wie Eis, so klar wie Glas. Das ist auch so ein Buch, das ich noch nie irgendwo gesehen habe. Auch seit letztem Jahr nicht, seitdem sie es mir empfohlen hat. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, worum es geht, weil hier steht nur so Lichtzeichen im Wald. Ein rätselhafter Fremder, eine unzerbrechliche Schneekugel. Cora ist wild entschlossen, all dem auf den Grund zu gehen und das Geheimnis ihrer neuen Heimat zu lüften. Also mir wurde gesagt, dass dieses ganze Setting sehr wie Schneekugeln aufgebaut sind. Und dass das wohl echt toll sein soll, so von der Atmosphäre her und vom Feeling. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Das hört sich nach einem Buch an für nächstes Jahr Weihnachten, Winter, so die Zeit. Bin ich ja doch ganz froh. Ich habe also doch noch ein Buch, was in die Zeit passt. Aber da bin ich auch froh, weil es seit letztem Jahr, wie gesagt, da liegt. Und ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall hier. Ja, auch ein Buch, was noch gar nicht so lange erschienen ist. Also ist noch nicht so lange her. Da habe ich auch schon bei einem Gewinnspiel mitgemacht auf Instagram. Und ja, Instagram hat mich dann mal wieder hart getriggert. Es ist Aus allen Wolken fällt man auch mal leicht von Valerie Korte. Hier geht es um Julia oder um Julia. Sie hat ein perfektes Leben, zumindest auf Instagram. Da ist sie immer top gestylt und hat halt irgendwie einen Online-Shop, wo sie selbstgemachte Armbänder verkauft. In Wirklichkeit, ah genau, Köln, das war wieder auch ein deutsches Setting, sitzt sie nämlich in ihrem Kölner Loft, in einer kleinen Souterer-Wohnung. Töchterchen Fee ist keineswegs eine verträumte Elfe und der Göttergatte ist längst ihr Ex. Ja, dann lernt sie wohl Bildhauer Alex kennen, der gegenüber wohnt und den beobachtet sie heimlich sehr gerne bei der Arbeit. Bis er beim Verkauf seiner Werke ihre Hilfe zu brauchen scheint. Ja, wie viel ungeschöntes Leben verträgt die große Liebe? Das ist die Frage in diesem Buch. Und ich fand es halt zum einen cool, weil wir wieder in Deutschland sind. Wir sind in Köln. Köln ist ja sowieso so eine YouTube-Social-Media-Hochburg irgendwie. Und natürlich geht es um Social Media mit diesem gefakten Leben, was wir, glaube ich, alle schon mal mitbekommen haben, dass auf Social Media nicht immer alles so ist, wie es zu sein scheint. Und leider, also manche bauen sich dann Leben auf, was eben nicht so ist. Aber ich glaube, das holt einen dann doch ganz schnell an. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es Julia hier ergeht und freue mich auch, dieses Buch bekommen zu haben. Ich kann euch nicht erzählen, worum es geht in diesem Buch. Ich weiß nur, dass ich es verdammt lange schon auf meiner Wunschliste habe. Wirklich verdammt lang. Und dass so viele davon schwärmen. Und es ist so ein Glück, dass ich es endlich bekommen habe. Es geht nämlich um Isara, das ewige Feuer von Julia Dippel. Ich folge der Autorin schon lange, seitdem Isara noch in diesem anderen Verlag, Loomlight oder was auch, rausgekommen ist. Und ja, fand die Autorin eigentlich von ihrer Social Media Präsenz ganz nett, obwohl ich halt überhaupt keine Ahnung habe, was sie für Bücher schreibt. Und sie ist mir da auch gefolgt. Und das ist jetzt schon seit längerer Zeit einfach so. Seit, wie gesagt, seitdem das Buch rauskam. Und ich habe mir immer vorgenommen, Isara mal zu lesen. Aber dann kam das eben in diesem Planet Verlag als Hardcover raus. Das fand ich natürlich viel cooler. Dann wollte ich das haben. Und irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Ich kann euch nicht mal mehr sagen, worum es geht. Weil hier steht ja auf der Rückseite auch nichts drauf. Das sind wieder nur irgendwelche Empfehlungen von anderen. Aber ich weiß, dass dieses Buch so gefeiert wird. Und ich glaube, Sarah vom Kanal Alice im Bücherland hat das ja zuletzt auch für sich entdeckt. Und sie ist ja jetzt nicht so die harte Fantasy-Leserin. Und deswegen freue ich mich so ein bisschen, dass ich Isara endlich hier habe. Auch wenn ich da natürlich wieder eine Reihe anfange, wo ein paar Teile hinterstecken. Aber egal, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wenn ich weiß, worum es geht und ich es gelesen habe, dann verrate ich es euch natürlich auch. Dann habe ich mir wieder ein super kitschiges, klischeehaftes Buch ausgesucht. Scandal. Die Prinzessinnen von New York. Das ist einfach wirklich so ein Mädchentraum. Das ist wieder... Ja. Ich habe mir irgendwie überlegt, dass es vielleicht so ein bisschen was wie Gossip Girl ist. Aber so ein bisschen Upper East Side mäßig. Auf jeden Fall geht es hier um Elisabeth und Diana Holland. Die leben nun mal in so einer Welt mit Luxus und aber auch Intrigen. Und da ist es halt wirklich so, dass ein Gerücht alles zerstören kann. Und eines Tages verrät die Mutter ihnen wohl ein Geheimnis, was nun mal eben dazu führen kann, dass alles zerstört wird. Und anscheinend hat Elisabeth wohl auch noch eine kleine Liebschaft mit einem eher mittellosen Typen. Und es klingt halt einfach wirklich so Klischee-Geschichte, die ich mir darunter vorstelle. Aber ich lese sowas manchmal echt ganz gerne. Das ist echt ganz nett. Und deswegen hoffe ich mal, dass Scandal mir in der Richtung auch gefallen wird. Falls ihr das schon mal gelesen habt, dann lasst mich das doch gerne wissen. Weil von Scandal habe ich zwar schon mal was gesehen auf Instagram, aber jetzt auch noch nicht so viel. Aber ich sehe gerade auch, dass die Autorin von Gossip Girl tatsächlich auch ihre Meinung darunter gesetzt hat. Also vielleicht geht es ja wirklich so in die Richtung und es könnte mich ganz gut unterhalten. Die letzten beiden Bücher, die ich jetzt noch habe, die sind ein bisschen lustiger. Denn ich habe auch den dritten Teil von Broken Darkness bekommen. So gefährlich. Das ist jetzt der dritte. Ich weiß nur, dass es wohl irgendwie auch um andere Personen geht, wenn ich das nur... Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, weil ich wollte mich ja selber nicht spoilern. Ich habe nur schon Namen gelesen, wo ich gerade nicht weiß, wo die herkommen. Deswegen könnte es durchaus sein, dass in Band 3 andere Charaktere eine Rolle spielen. Ich werde es herausfinden. Aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, weil das so eine Reihe ist, die mir schon länger im Kopf rumschwirrt. Und wo ich eigentlich echt jetzt mal weiterlesen möchte. Ja, und dann auch sehr lustig ist es auch wieder ein Buch von Mandy Baggett geworden. Winterzauber im Central Park. Hier geht es jetzt wohl um Lara und die will mit ihrer Freundin das kleine englische Heimatdorf Appleschamp verlassen und nach New York fliegen. Ja, ihr Freund Dan hat sie wohl sitzen gelassen und sie möchte halt Ablenkung in der Stadt, die niemals schläft. Und dort treffen die beiden auf den unwiderstehlichen Schauspieler Seth Hunt. Und das scheint die Gelegenheit, um Dan eifersüchtig zu machen. Aber je weiter es wohl geht, desto größer werden wahrscheinlich auch die Gefühle zwischen den beiden. Was bestimmt zu Problemen führen wird. Aber auch hier bin ich gespannt. Also ich würde mal sagen, Winter-Weihnachtsbücher habe ich jetzt erstmal ausgesorgt, weil ich schaffe das irgendwie gar nicht, immer zur Winter-Weihnachtszeit so viele Bücher zu lesen. Aber ich freue mich wirklich da drauf. Deswegen, ich weiß, ich hatte eins auf die Wunschliste gepackt. Und als ich bei Thalia war, musste ich erstmal in meiner Wunschliste nochmal gucken, welches Buch habe ich jetzt wie drauf gepackt. Und ja, weil die ja alle so gleich aussehen und ich konnte mir das einfach nicht mehr merken. Ja, falls ihr ein Buch von Mandy Baggett gelesen habt, dann lasst mich doch auch mal gerne wissen, welcher Teil euer liebster Teil ist. Und ob ihr da einen empfehlen könnt, weil ich habe da wirklich, ich habe einfach irgendwas aufgeschrieben. Ich hätte, glaube ich, alle aufschreiben können. Also von daher ist es jetzt Central Park und mehr fair geworden. Ja, ihr Lieben, das waren meine Neuzugänge für das vierte Quartal. Es ist wohl wirklich sehr leicht erst vorangegangen, weil ich, wie gesagt, Broken Darkness Teil 2 und so schon im ersten Teil des Quartals geholt habe. Aber dann kam Weihnachten und Weihnachten haut ja eh immer alles über den Haufen. Aber lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr eines dieser Bücher kennt, ob ihr eines dieser Bücher empfehlen könnt und vielleicht auch, wie viele Bücher so bei euch eingezogen sind. Habt ihr Bücher zu Weihnachten bekommen? Bei mir war es ja letztes Jahr dann doch eher mau, aber dieses Jahr holla die Waldfee. Falls ich wirklich mal eine Rache des Subs-Videos machen sollte, so in der Hinsicht, dann wird mich, glaube ich, dieses Quartal sehr runterziehen. Ja, aber mehr dazu irgendwann in einem anderen Video. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao hier.